Moin Moin liebe Freunde des HSV und der Rautenperle. Ja, das erste Spiel des Jahres 2020 ist zu Ende. Vor knapp 12.000 Zuschauerern hat der HSV mit 0 zu 4 verloren. Klingt dramatisch, ist allerdings natürlich relativ zu betrachten, denn es ging hier immerhin gegen den Bundesligisten Schalke 04 und Schalke steht eine Woche vor dem Punktspielstart. Also die sind schon ganz gut im Saft. Und das war auch im Spiel zu sehen der HSV. Er spielte anfanglich gar nicht so schlecht. Er hatte eigentlich einen ganz guten Zugriff auf sein Spiel. Allerdings musste man einfach ehrlich anerkennen, dass es am Ende nicht reicht, um einem Gegner wie dem FC Schalke 04 am Ende gefährlich zu werden. Im Gegenteil, der HSV kassierte Tore, wie Dieter Hecking im Nachhinein sagte, die man vermeiden konnte. Man legte den Schalkern die Treffer auf. 0 zu 1 in der ersten Halbzeit, dann drei Treffer in der zweiten Halbzeit. Insgesamt muss man dazu sagen, hat der HSV es in der ersten Halbzeit deutlich besser defensiv gemacht. In der zweiten Halbzeit wurde man offensiv ein wenig gefährlicher. Er hatte mit Jairo jemanden im Team, der heute ein wirklich ganz vernünftiges Spiel machte. Das erste Mal über 90 Minuten noch spielen durfte. Dieter Hecking sagte eben noch, dass es Absicht war, um zu sehen, inwieweit Jairo der Mannschaft denn schon helfen kann. Nach vorn war Jairo stark, nach hinten hatte er so seine Probleme. Immer dann, wenn es im Zweikampf war, wurde es schwierig. Genauso wie bei vielen anderen. Man merkte einfach, dass die Schalke hier schneller waren, dass die Schalker cleverer waren. Die Schalker, sie waren ballsicherer. Also ein Test, der nur bedingte Aussagekraft hat, aber der natürlich ganz viele Ansätze liefert, um zu gucken, wo es beim HSV noch hapert. Offensiv, wie gesagt, hatte man in der zweiten Halbzeit dann einen etwas besseren Zugriff. Man hätte treffen können, man hatte in der ersten Halbzeit ein Tor gemacht, das nicht zählte, fälschlicherweise. Jeremy Dudziak hatte per Abpraller zum 1 zu 1 eigentlich ausgeglichen. Das Tor wurde wegen Abseits fälschlich aberkannt. Allerdings, am Ende muss man es einfach so sagen, Schalke deutlich überlegen, so ein bisschen im Schongang haben sie das ganze Ding hier abgespielt. Am Ende mit 4 zu 0 dann auch sehr deutlich gewonnen. Und dementsprechend waren die Spieler ein wenig geknickt. Der Trainer hatte versucht, das Ganze noch ein wenig positiv zu betrachten. Sagt er, die 60 Minuten, die ersten waren eigentlich ganz ordentlich. Hätte man die Dinger nicht selbst aufgelegt, wäre es auch noch deutlich besser am Ende ausgegangen. Ist es aber nicht. Und der HSV hat hier eine kleine Lehrstunde bekommen. Weiß also jetzt, worauf es ankommt. In den letzten zweieinhalb Wochen noch bis zum Bundesliga-Start gegen Nürnberg am 30. Januar hier im Volksparkstadion. Da muss natürlich ein anderes Kräfteverhältnis her. Aber das wird sich allein schon durch den Gegner anders ergeben. Warten wir ab, was in den nächsten Wochen trainiert wird. Am Sonntag geht es nach Portugal. Wir werden natürlich für euch dabei sein. Wir werden euch live von vor Ort berichten können, was dort passiert. Und vor allem natürlich auch, ob der HSV die Fortschritte macht, die er machen muss, um dann das große Ziel Wiederaufstieg zu schaffen. Bis dahin, euch ein erst mal ein schönes Wochenende. Und seid nicht so traurig, dass 0 zu 4 heute. Es war gegen einen Erstligisten. Bis dann, macht's gut. Bis dann, macht's gut.